In die Kamera gucken, als die Freunde, wie kommt es raus, Philipp? Oder soll man so gucken, wie wenn der Eule mal die Freunde lehrt? Ja, in die Richtung, würde ich eher sagen. Oder rauf, genau, rauf wäre besser. Du sagst, lebt wohl, Freunde, irgendwann gibt es ein Wiedersehen. Au! Okay, Kamera läuft. Lebt wohl, Freunde, irgendwann wird es ein Wiedersehen geben. Wuhu!